ja hallo schön dass ihr da seid ihr wolltet quicktips ihr bekommt quicktips heute mal einer zum thema high key ganz wichtig high key bedeutet nicht überbelichtet high key bedeutet nur das fehlen von dunklen tonwerten und deswegen ganz wichtig sozusagen als quicktip im quicktip verwendeten belichtungsmesser dass die bildwichtigen parameter zum beispiel die gesichtshaut dass die korrekt belichtet sind und deswegen kann ich euch nur dringend raten so was mit dem belichtungsmesser zu machen ihr werdet gleich noch in der bildbearbeitung sehen warum es so wichtig ist denn ich möchte euch hier heute zeigen wie ich in der bildbearbeitung vorgehe um aus einem relativ normal belichteten bild dann ein high key bild zu machen und deswegen ja ich habe es für euch vorbereitet fangen wir gleich an so wie gesagt ich habe es für euch vorbereitet hier in der aufnahme aus einem werbeshooting erfüllt schon alle voraussetzungen wir haben hier einen weißen hintergrund wir haben eine sehr weiche ausleuchtung fast schattenfrei ist jetzt so gut wie keine schatten und deswegen hier die perfekte ausgangslage für ein schönes high key das erste was ich mache ist eine schwarz weiß umwandlung und das schöne bei der einschungsebene schwarz weiß ist ich kann hier sehr gut beeinflussen wie wird denn die schwarz weiß umwandlung ausgeführt und ich kann hier zum beispiel die rot töne und die gelb töne dementsprechend verschieben so dass ich hier sehr helle haut töne bekommen also ganz wichtig schwarz weiß konvertierung gelb und rot töne mit relativ hohen werten verwenden um hier sehr schön helle haut hinzubekommen damit natürlich auch den anteil an hellen farbtönen im bild das zweite was ich mache ist noch mal eine einschränungsebene schwarz weiß diesmal im modus negativ multiplizieren damit hell ich das bild auf und ich kann hier eben sehr schön steuern wie stark das aufgehellt wird ganz wichtig dass ich eben so fotografiere dass alle haut töne korrekt belichtet sind und dann kann ich hier in der bildbearbeitung das genau vorsichtig so weit nach oben schieben bis hier in haut tönen 20 heller hautton erreicht es aber eben noch nichts ausfrisst um das nochmals zu steigern kann ich hier noch eine gradations kurve anlegen ihr seht hier die ist ein bisschen nach oben gebogen und die schwarze töne das habe ich hier ganz minimal nach oben geschoben um das reine schwarz sozusagen komplett aus dem bild zu eliminieren und ihr seht jetzt fast ein bisschen hell kommt daher ich habe hier gerade ein bisschen an den roten rum gespielt die waren bei 75 gestanden ich gehe es mal ein stückchen zurück ja so wie gesagt so zwischen 70 und 75 ich möchte jetzt war eine sehr helle haut auch hier oder im arm aber es soll noch nichts ausfressen ich möchte überall noch zeichnung drin haben denn wie gesagt noch mal high key bedeutet nicht überbelichtet sondern high key bedeutet nur das fehlen von dunklen haut tönen und die letzte ebene die ich dazu füge ist die vorletzte ist eine ebene im modus weiches licht und zwar nochmals eine schwarz weiß ebene und mit dieser schwarz weiß ebene erhöhe ich ganz minimal den kontrast dies nur mit einer sehr geringen deckkraft hier enthalten von 36 prozent und dann kann ich zum schluss hier noch eine selektive farbkorrektur machen und da habe ich die schwarztöne noch mal ein kleines bisschen aufgehellt nämlich hier das schwarz in den schwarztönen sozusagen nochmal um 13 prozent reduziert hat das heißt ich habe überhaupt kein schwarz mehr sondern auch ein anthrazit ton sozusagen und damit habe ich hier dieses relativ normal belichtete bild in ein high key verwandelt die letzten beiden ebenen die müssen nicht unbedingt zwingend sein das kommt ganz aus bild darauf an was übrigens auch schön aussieht ich blende gerade mal die erste ebene aus die unser bild zu einem schwarz weiß bild gemacht habe die an diese ebene hier oben drüber alleine reichen aus um hier ein sehr schönes farb high key draus zu machen auch das ist eine sehr schöne variante wie immer gilt mit der einstellungsebene einfach mal rumspielen die werte die ich jetzt hier gezeigt habe die gelten natürlich nicht für jedes bild sondern speziell für dieses bild deswegen spielt damit um probiert aus ja und dann wünsche ich euch viel spaß beim nachbasteln wenn ihr bock darauf habt auf mehr also auf weitere quicktipps von meiner seite dann tut mir einen gefallen teilt dieses video und ja je mehr klicks ich darauf bekomme umso größer ist natürlich meine motivation in der richtung weiter zu machen also wenn es euch gefallen hat teilt das ganze mit euren freunden würde mich freuen und dann sehen wir uns demnächst hier vom kanal wieder